Guten Tag und willkommen zum vierten Part von... Oh, Tag Simulator 2. Äh, wir hatten ja... ...tvor oder ich hatte vor oder wir... ...ja, wir, äh... ...von hier... ...nach... ...München... ...aber, äh, da ist... ...nichts... ...wir werden einfach... ...nach Straßburg fahren... ...kennt jeder die Stadt? Ähm... ...ja, gut... ...und die Zeiten stimmen so auch so... ...n bisschen länger als... ...von dem Standard... ...aber... ...ist ja egal... ...Hauptsache nicht zu kurz... ...gut... ...Wir haben... ...Erz mal wieder... ...gut... ...Kurve ziehen... ...Kurve... ... ...ich habe auch den Radiosender geändert... ...sollte bremsen... ...fuck... ...muss... ...nießen, Entschuldigung... ...oh... ...oh, ganze Headset vom Kopf gerutscht... ...sorry... ...Licht an... ...Licht an... ...C... ...Für Tempomat... ...und wieder los... ...fahren wir gleich auf die Autobahn... ...Muss das jetzt regnen... ...Muss das jetzt regnen... ...Genau in der Kurve niesen... ...und just Luxemburg... ...und just Luxemburg... ...und just Luxemburg... ...und just Luxemburg... ...Jetzt geht's... ...Folgas... ...Jetzt geht's... ...Volgas... ...Jetzt geht's... ...Vol... richtung straßburg kennt jeder die stadt hier straßburg das gerichts dingster oben star europa wo es rutschig bei weitem um hat drei spurig beziehungsweise sechs die geht 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 wo kommt er denn ich muss dann gleich rundherr mal bremsen immer in den rückspiegel gucken oben rechts wer das nicht weiß fahr franzose oder was du auch mal bist fahrgabend fahrgabend hat fahrgabend fahrgabend 20 Minuten. Ich muss hier rüber. Oh, fährt er langsam vor mir. Sorry, war Telefon. Danke. Regal. Wie viel muss ich denn in der Zahl? Kacke, ey. Warum bräuch ich das wieder? So, wie es mal aufhören zu regnen? Mannheim. Mannheim. Da drehe ich mich wieder nach Hause. Komm, aber die haben auch nicht gehört. Fahr da vorne. Mach's eilig. Ich hoffe, die Musik ist besser, ey. Keine Werbung. Ja. Ich hab geblinkt schön, ne? Da konnte ich leider nichts für, für den Abdränger eben. Wenn die hier kein Gas geben. Wenn die hier kein Gas geben. Kann ich ja auch. So fahren. Achtung, da kommt schon wieder Mauert. Was? 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 Was ist denn da? danke schön dach noch ich habe vorfahrt so gut danke für die blumen und ich kann nicht singen gleich wieder Tempomat reinhauen und dann geht's ab die Schmitz Katze ich bleibe in der Mitte es ist Montag 22 Uhr ich habe schon das Ziel gesehen Strasbourg kann ja auch hier lang fahren eigentlich ne da hinten ist bestimmt einfacher Strasbourg und Stuttgart ich weiß noch wie ich hier immer umgekippt bin bei so'n Kurven oh scheiß tut mir leid dann müssen wir hier runter da wieder da vollbremsung vollbremsung ich fahr wie so'n Eierkopf mal mahlzeit noch einmal klingelt jetzt ne schweiß das Telefon aus dem Fenster ich fahr fahr was fahr nix der Eierkopf ich soo ist war gekommen nicht nein ich pack selber eine Kriegbonuspunkt Bonuspunkt soo 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 haben wir neue E-Mails geguckt er bekommen ne wüsste ich ja Mailkarte gucken wir jetzt auch mal schnell ist doch schön hier keine Tour doppelt bis jetzt vielleicht gibt es dir eine Tour nach München vielleicht ja vielleicht mal gucken äh ja soo soo ja fortfahren ne Fertigkeiten wir haben auch schon ein bisschen was ne wüs- 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 da ja 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 schon vier zwölf stunden ne ingame vielleicht ja ne ja aber real life noch nicht na gut ich beende erstmal hier den Part mach jetzt erstmal wirklich eine Aufnahmepause und wir sehen uns dann morgen im Part wieder bis dann tschüss 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 Bis zum nächsten Mal.